meine leute sepplen hier heute geht es um was das ich einfach nur noch nervt und zwar wichsen bockt nicht mehr ich bin seit drei jahren erfolgreicher wichser sowohl von der sozialen komponente her als auch von der physischen und ich bin ehrlich es bockt nicht mehr ich weiß nicht woran es liegt ich weiß nicht wann es angefangen nicht mehr zu bocken aber es bockt schon seit mindestens ein halben jahr einfach nicht mehr sich die palme zu schütteln weil was zwischen alles gesehen und wenn er so ist seltsam da du quasi so du hast alles mindestens dreimal gesehen gefühlt so immer wenn du irgendeinen erwachsenen film weil youtube möchte nicht dass ich den namen davon sage ich sonst irgendwie nicht vorgeschlagen werde aufmache den erwachsenen film dann ist es halt einfach so ich kann die story quasi hundertprozentig predikten ich habe jeden move den die da ziehen schon mindestens dreimal gesehen ich habe gefühlt in meinem gesamten leben mehr porno moves gesehen dass ich verschiedene menschen gesehen habe real life so es ist es ist einfach krank mittlerweile ist du halt damals irgendwie du hast ja einen gerankt du warst nach zwei minuten fertig so mittlerweile brauche ich so lange um überhaupt erst mal hart zu werden so ich werde halt nicht mal richtig geil hart sofort die musik wieder einhalten so ein zwei minuten lang so rum gehen erst mal damit das irgendwie funktioniert so du bist einfach komplett nehmen das ist einfach kein anreiz mehr so porn ist für mich mittlerweile einfach mehr so eine pflichtbeschäftigung so ich mache das einfach nur weil mache ich halt immer wenn mir langweilig ist ich mache das nicht mehr wenn ich horny bin das fag nee ich mache das wenn ich scheiße mal langweiler haben wir sind auch mehr so eine tägliche routine als das irgendwie sinnvoll wäre naja wenn ihr euch das hier gegeben habt danke bleibt toxisch deabonniert mich disliket mich entblend mit die fucking glocke und jetzt